So, hier haben wir eine voll ausgestattete Küche von der Firma Bauformat mit einer Kochinsel, bestehend aus einem Muldenlüfter von der Firma Bohrer, komplett Spülerarmatur. Wir haben hier den Jalousieschrank, sehr wertig angrenzten Glashängeschränke, viel Stauraum durch Apothekerschränke und Auszugsschränke und im Zweierblock Backofen von Miele und eine Kühlgefrierkombination. Und dann hier auf die Kühlschrank.